Schalke läuft in der neuen Saison bei Auswärtsspielen in Weiß auf. Aber natürlich haben wir auch das Königsblau und einen neuen frischen Hellblauton ins Trikot mit aufgenommen. Das Besondere im Design ist die Nadelstreifenoptik. Sie erinnert an eines der beliebtesten Trikots aus den frühen 80er Jahren. Spieler und Fans und dadurch auch motiviert werden, an alte Erfolge von früher anzuknüpfen.